Willst du da starten? Hier ist sie. Jetzt guck doch ganz entspannt. Du musst erst mal an, bis sie kiebst, genau. Das sieht schon mal ganz gut aus, so. Alter! Da hat sie jetzt das erste Mal gegliedt. Alter! Und das sind gerade mal vier S. Wie ein Angel, ne? Ja, ja. Da ist Power hin, definitiv. Da ist Power hin. Ja, jetzt guck dich nach vorne. Ja, wir haben den, glaube ich, noch nicht gelevelt, ne? Alter! Dann komm ich mal runter. Dann komm ich mal runter. Dann komm ich mal runter, jawohl. Schatz, kriegst du den da drauf überhaupt? Hä? Da oben ist das noch. Also wir versuchen hier sozusagen mit drei Kameras das aufzunehmen. Ja, aber schön ruhig ist er. Gibt's gar nichts. Wollen wir mal gucken, ob das ESC warm wird? Ja. Ich mach nochmal ein Powerpunch gleich. Wahnsinn! Da zappelt nicht gar nichts, also ich würde sagen, das ist schon mal gut eingestellt. Das ist schon mal gut eingestellt. Das ist schon mal gut eingestellt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut eingestellt. Das ist schon mal gut eingestellt.